hmm so hmm hmm ja 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 mmmm jetzt sehr sehr tschüss 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 ja die sind Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 1.2 kg Es ist sehr gut für die Flüssig. Ich habe es noch nicht geguckt. So viele Töcher sind sehr gut. Aber es ist sehr gut. Aber es ist noch nicht so schön. Ich habe es schon lange nicht mehr zu essen. Das ist ein Lads. Das ist sehr gut. Es ist das echt gut. Es ist einfach so schön. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Ksp nang Anno mit Salada Ksp nang Anno Ksp nang Anno Ang crispy Ang liebden Ang k gruesen Pinnakuluan namin to Es ist so schön. Dann haben wir eine R�-flasen. Das ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Hmm, das noch so sauer wieder. Lepa. Hmm. Oh, hmm. Kina bahnu kann ich nicht mehr ab, bis ich an lakuin, die sichere Lambut berat. Ah, amin. Es ist nicht so krispy. Es ist so krispy. Es ist so krispy. Es ist so krispy. Es ist so krispy für die Lubs. Es ist so krispy. Es ist so krispy. Das secret ist es erst einmal normal zu essen. Das ist immer drühe. Die Karni sollte es so rasch zu werden. Sie sollten sie es wieder am besten. Die Temperatur ist als 230. mmm Parag, Medigo Spies conferences Mä ist erläte Maschig открыt Mmmmm! Ein sehr guter in der Erfriere ist, dass man nicht mehr braucht. Es ist ein bisschen mehr healthy, wenn man das Pina-Fryer ist. Wenn man das Pina-Fryer ist, ist es so schön. Und ich habe noch viele Erfriere gesehen. Ich habe noch viele Erfriere gesehen. Es ist sehr schön. Es ist sehr schön! Es ist so schön, dass die Zippur zu is. Das ist alles gut. Das war, wenn ich in den Markt Das ist so gut. Ich glaube, dass es nicht so glücklich ist, dass es nicht so glücklich ist. Es ist sehr schön, wenn man einen Teigern anst. Mit einem Teigern. Es ist auch ein Teigern. Wenn man einen Teigern anst, dann ist es auch ein Teigern. der ihre Bette sind sehr lecker. Das ist so lecker. Ich denke, es ist so lecker. Es ist so lecker. Wenn du eine Bette haben. Ist das so lecker? Wir beenden den Chefs heute, mein liebens. Mmm. Hindi ko na-vinid yung mga loves kasi walaang time na garang pa sa work. Sa susunod, magiguto si Papa Ben ng kinaupong malok. Mmm. Suspect. Kapi, nag-create kami niya. Mmm. Sa susunod ni Ben magluto ng kinaupong malok nung New Year mga loves, yun yung kinain namin. Narunguto si Ben. Ang Chef Ben yung mga loves. Baka, Chef mga loves. Cheers mga loves! Cheers mga loves! Mmm. Oh! Kailangan pa yung apple kasi alam niya naman mga loves. Tanda. Tanda kuang pat. Alam niya naman mga loves na baboy. Hmm. 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 Tanda kuang. Hmm. 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 Hmm, hmm. Hmm. Hmm, lembui. Hmm. Hmm. Es ist so schön. Oh, sehr gut! Die sind nicht so gut. Die ganze Woche, meine Lieblingsascheid, ist so schön! Oh? Baon amin. Baon sa lunch. Ang baui sa mukbang. Ang baui sa sunod-sunod na mukbang. Thank you mga loves! Dahil 12K na tayo! Ang bulagos siya ito! Thank you mga loves! Buto pala ito mga loves. Ito lang yata matakulam. Baka sa pagluluto ko itong mga loves kanina. Nasta si tuluri ka. Matik ng di ba prefer? Takot ako baka hindi makrispy. Sarap! Sabang sarap! Mga mga makin. Akira... Es ist wirklich so schön, wenn ihr es gut macht, wenn ihr es gut macht, wenn ihr es gut macht, wenn ihr es gut macht. Sibuya, Sibuya, at saka kamatis. Sarap! Sana napanood nyo yung last episode natin, Singapore Food Hut tayo mga loves. Doon tayo sa Laopasat. Masyal tayo ng Laopasat. Lagi namin yung link dito, para makita nyo yung last episode namin. Suga. 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 Degit. Suga. Also habe ich noch einen Böhl! Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es. Sie machen es, ich liebe es. Ah, lebe! Begas! 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 Salp sa ano? Uhum. Sap ng pineapple. Sobe na, ubos namin mga loves. Sap. Vielen Dank. Vielen Dank für uns zu unterstützen. Wir sind 12,000 Jahre alt. Ich hoffe, dass wir 50,000 Jahre alt sind. Vielen Dank für euch, meine Liebes. So, wir gehen jetzt zu unserer Shoutout Session! So, meine Liebes, bevor wir alle wieder willkommen, die wir in unserem Channel haben. Hallo, hallo! JunPig! Fernie, vielen Dank! Vielen Dank! So, meine Liebes, die wir heute hier noch auf unserer Frenie, die sie JunPig. Sie können auch noch mal abonnieren, und so zuhören sie auch zuhören. Danke! Und danke, meine Liebes, die unsere Diamonds für die Liebe, Jessi! Danke so sehr, Sisi! Bitte, meine Liebes, täglich, meine Liebes zuhören, sie zuhören. Und so zuhören sie auch zuhören! Danke! Danke, Sisi! Danke, dass wir auch an unsere Gold VIP-Members haben! Miss Joffs Backyard Chef Obang Discarding Basic Well with Vlogs Kipang Simpli G Vielen Dank an Siez und Bro! Vielen Dank an Siez und Bro! Bitte auch an Siez und Bro! Und auch an Siez und Bro! Vielen Dank 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 an Siez! Happy Birthday Siez! Happy Birthday Siez! 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 Wilma Antonio! Angie Santos! Marjorie Espena! Tim Diego! Paki-visit! Precious Flores! Siez! 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 Das ist die erste. Das war der Cheryl. Und auch dass wir weichrien von Chris. Wir sind die aus. Und wir haben uns so geflogen, die wir weichern die immer wieder geflogen. für uns. Go ahead, Love. Mamita Brenny Laganget. Yes, Mamita Brenny. Shil Nungay, Weng Yvara, Shila Almendras, Abby, Rachel, and Let Calderon, hello. Calderon Family, shout out. Yes. Cesc Mica-Sales, Cecil Pinere Rubbia, Rafa Lau, Jing Suyan, hello. Shila Rojas, Hi Sis love. Ate Berna Dantes. Yes, Berna Dantes. Ma'am Tintin, Christine Ogawa, Catherine Gaviola, Salute Sir Fernand, Fernand Constantino, Mega Shoutout, Jocelyn Salalila, Izay Tisay, Cheryl Bunag, Ma'am Evelyn Castro, Maria Fe Muir, Jean Blanquiza, Nikki Rose de Vinagracia, Norma Soriano, Nancy Suson, Sally M, Janeth Erlenburg, Janeth Kitchan Visaya German, Pakefollow, mga loves, subscribe to her too, mga loves, Kasama niya puminsan ang anak niya, Christina yata, basta ang ganda ng baby niya, mga loves, panoorin niyo po, and of course, si Ma'am Evie Texon, The Foodie Armies, also mga loves, thank you, and oh nga, may special shoutout ako, mga loves, ang napaka-favorite, I chose to the heart, Walang iba kundi si Mochi, girl, we are the Potato Squad, yay, happy, happy birthday, happy birthday, yes, happy birthday, Jossie, love you, I hope you're the happiest in your birthday, and don't bully your mommy, okay, don't force your child, okay, sorry mate, joke lang, Alright, mga loves, sana po ay nagustuhan niyo ang aming episode today, yung mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel, please mga loves, subscribe na kayo, and welcome dun sa aming mga new subscribers, Para po sa mga hindi po nakakala, mayroon po kaming Facebook page, Ben and Yuri, ayan po mga loves, ayan, so sana po ay follow niyo din po kami, Thank you so much mga loves, and kita-kits-kits ulit sa mga susunod namin mga videos, bye! Bye! Bye!